Der Münchner Autohandelbetrieb Auto & Service nahm 1997 seine Tätigkeit mit zwei Filialen in München auf. Vom Start weg entwickelte es sich zu einem der erfolgreichsten Skoda-Händlern in ganz Deutschland. Seit 2002 ist Auto & Service an insgesamt fünf Standorten in der bayerischen Landeshauptstadt, an vier mit der Marke Skoda und an einem Standort mit der Marke Seat vertreten. Im März 2005 kamen die VW- und Audi-Händlerbetriebe hinzu. Auto & Service seit 1997 erfolgreich in Bayern.